so einen außergewöhnlichen rehbock sieht man nur ganz selten was für eine grandiose geweihentwicklung also habe ich mich viele tage mit diesem rehbock beschäftigt manchmal vergebens viele stunden gesessen und gewartet dann bekam ich ihn nur von weiten vor die kamera aber aufgeben gibt es nicht und so gelang es mir schließlich doch über diesen kapitalen rehbock einen film zu drehen und was er mir bot ist schon absolut spektakulär trotz der basszeit zeigt er mir einen dramatischen rehbock kampf so etwas vor die kamera zu bekommen ist ein außergewöhnliches erlebnis mein dank gilt auch dem jagdpächter der mit dieses ermöglichte so so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.